Hallo zusammen, ich bin Ben und ich freue mich sehr, euch heute etwas über unser spannendes Projekt Das digitale Lernhaus Jüdisches Leben erzählen zu dürfen. Und ich bin Kim. Wir werden die Guides in dieser virtuellen Lernumgebung sein. Und wir sind begeistert, euch auf diese Reise mitzunehmen. Aber bevor wir mit dem Lernhaus starten können, brauchen wir eure Unterstützung. Genau. Unser Projekt läuft bereits seit einiger Zeit und wie bei einem echten Hausbau sind auch hier die Kosten gestiegen und es hat zahlreiche technische Herausforderungen gegeben, die wir aber inzwischen überwunden haben. Aber jetzt brauchen wir noch einen kräftigen finanziellen Schub für den Endausbau, obwohl die Basisfinanzierung ja schon zu einem tollen Ergebnis geführt hat. Endausbau? Das klingt ja nach einer richtigen Baustelle. Naja, so falsch ist das Bild ja nicht. Jetzt, wo das Gebäude steht, müssen die einzelnen Räume gut überlegt eingerichtet werden. Trotz vieler hundert freiwilliger Arbeitsstunden müssen da halt auch immer wieder Profis ran, um zu zeichnen, zu animieren oder zu programmieren. Vielleicht kommt ja so viel Geld zusammen, dass auch noch unser Synagogenlernbereich entstehen kann. Ich fände es toll, wenn wir auch den virtuellen Laden bekämen, in dem man spielerisch koschere Lebensmittel einkaufen oder Postkarten ausdrucken kann. Und was gefällt dir bisher am besten an unserem Lernhaus? Ich finde es am beeindruckendsten, dass unsere Besucherinnen und Besucher, egal ob Kinder oder Erwachsene, immer wieder angeregt werden, ihre eigenen Erfahrungen und Gedanken zu reflektieren. Es ist wie in einem Fitnessstudio für den Geist. Und das alles ohne Schwitzen. Das Coolste ist für mich, dass man das Gefühl hat, durch ein handgezeichnetes Comicbuch zu spazieren. Es ist fast so, als ob du selbst Teil einer interaktiven Graphic Novel bist. Aber damit das Lernhaus möglichst bald starten kann, brauchen wir eure Unterstützung. Jede Spende hilft uns, das Lernhaus auszubahnen und zugänglich zu machen. Stellt euch vor, wie viele Menschen wir erreichen können und wie viele Herzen und Köpfe wir öffnen können. Also, wenn ihr uns dabei helfen wollt, Respekt, Akzeptanz und Toleranz zu fördern, dann unterstützt unsere Crowfounding-Kampagne. Lasst uns gemeinsam ein Zeichen setzen gegen Hass und Vorurteile. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns darauf, euch bald im digitalen Lernhaus Jüdisches Leben begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit euch zu lernen und zu wachsen. Jede Spende zählt und jede Unterstützung bringt uns einen Schritt näher an unser Ziel. Danke, dass ihr Teil dieser wichtigen Mission seid. Bis bald im Lernhaus. Bis bald im Lernhaus. Bis bald im Lernhaus.